Natascha Ochsenknechtser Schwangerschaft kommen Natascha Ochsenknecht, 58, wird wieder Oma. Bereits im März 2021 hatten Model Cheyenne Ochsenknecht, 22, und ihr Partner Nino Sivkovic ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen dürfen. Anfang des Jahres bestätigte die 22-Jährige dann, dass Töchterchen Mavi, 1, ein Geschwisterchen bekommen wird. Eine Überraschung für die Familie der Influencerin war das offenbar nicht. Gegenüber Promiflash verriet Natascha nun, dass sie die zweite Schwangerschaft ihrer Tochter bereits erahnte. Ich wusste, dass es nicht sehr lange dauern wird, gab die 58-Jährige gegenüber Promiflash bei der Pressekonferenz von diese Ochsenknechts zu. Denn ihre Tochter und ihr Schwiegersohn hätten nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie zwischen ihren Kindern keinen großen Abstand haben wollen. Von daher dachte ich, dass es irgendwann passieren wird, fügte Natascha hinzu. Das Model helfe Cheyenne und Nino selbstverständlich auch immer mal wieder mit ihrem Nachwuchs aus. Im Schnitt sehen sie sich alle vier bis fünf Wochen. Das ist ja auch für Mavi schön. Dass sie weiß, das ist die Omi. Nicht, dass sie irgendwann Natascha sagt, scherzte die dreifache Mama.